einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zurück in meinem supermarkt so ihr seht ihr haben 19.800 wir müssen noch die rechnungen bezahlen da gehen auch noch 500 euro drauf ist zum heulen aber was soll's fakt ist wir fangen natürlich wieder an jetzt zu bestellen die kartoffeln passen alles wunderbar die pizza nehmen wir mit die ist gut eis passt die dinge passen auch und da wären es zumindest mal drei das reicht dann machen wir hier gleich hundenfutter katzenfutter bla 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 nehmen wir eins von denen eins von denen und dann gucken wir mal hier weiter boom brauchen wir nehmen wir mit der ist voll voll und da nehmen wir zwei chips brauchen wir die roten pablo der rohn dort definitiv einer und kleintisch brauchen wir auch das sind zwölf drinnen jetzt müsste man mal gucken eins da müsste man schon fast zwei mitnehmen und schicke das mal raus dass die buben mal was zu tun so dann geht es natürlich hier weiter brot brauchen wir den nehmen wir mit den nehmen wir mit spagetti zweimal reis einmal der ist gut den brauchen wir den und dann honey frühstück flocke kartoffel püree gut wodka fehlt nur eine flasche das lassen wir mal so nehmen wir zwei einer der ist voll das brauchen wir voll 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 einmal wein einmal hier einmal hier einmal hier einmal hier so da geht es weiter beim bauli den haben wir da fehlt ein einziger pfeffer das lassen wir mal den brauchen wir den gleich zwei mal grünen tee Nudeln zwei mal der ist voll da nehmen wir zwei und schicke das mal raus einmal kaffee einmal kaffee zweimal kaffee Reis einmal nur ketchup fehlt bloß einer der ist auch voll da nehmen wir einen da auch jeweils einen milch ist voll einmal kartoffeln bonbeck ist voll schicke nehmen wir den helle kuchen dann nehmen wir einmal den da müssten wir schon fast zwei nehmen und da auch so So once upon a time ist durch Da brauchen wir einen 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 Zwo Der ist voll Das nehmen wir einmal Zweimal Zweimal Raus mit Eis voll Pizza voll Pizza voll Eis voll Bohnen Und Mischgemüse Creme fraiche nehmen wir einen Da nehmen wir einen Und Hier nehmen wir einen Der ist voll 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 Da nehmen wir einmal den Und Den Das dunkle der ist voll Einmal Wasser Die Cola Die Hell Fehlt da Ja Ja Der da Der da Der da Die Zwo sind Voll Da reicht einer Da reicht einer Und Hier reicht einer Und Da Müssten wir schon fast Zwei Achter Eier Nehmen wir einen Vierer Eier Und die ebenfalls Genauso wie Ropiko So Apfelsaft Ding ist voll Nehmen wir einmal Milch Das reicht hier Wasser Und Hummus Das dunkle Bier Und die starke Sache Das reicht daneben Da brauchen wir Definitiv Den Und Den Na ja Da nehmen wir Moussaka auch noch mit Den nehmen wir noch mit Schicken das einmal raus Dann machen wir erst einmal die Bücher Hier Da brauchen wir eins von denen Eins von denen Zwei mal ABC Und einmal der Regenbogen Dazu kommt noch Weichspüler Da ist nichts Den nehmen wir noch mit Den nehmen wir mit Und Den nehmen wir mit Der Kuchen ist Der da Chips Und Nutella Und wie schaut es daneben aus Nehmen wir den Und das ist voll Das heißt Wird bestellt Und wir sind durch Dann heißt jetzt natürlich Wieder einräumen 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 Und das ist nicht Gerade wenig Fangen wir mal bei dem Da war es mal wenigstens wo es Licht So Den hätten wir schon mal Einmal Rinderhackfleisch Gut Das war Irgendwo hier Kaya Shampoo Ja Hat er schon aufgefüllt Das heißt Wir haben hier jede Menge übrig Das war hier irgendwo Die Achter Eier Falscher Weg Oh Was sind Boah das die Achter Ne das sind die Zwölfer Vierer Oh Achter Ne das sind auch Zwölfer Das passt Da haben wir die falsch eingeräumt Das passt schon so Kuchen Machen wir wieder voll Gut Schocki Sehr schön Das ist das Honorfleisch Das ist das Honorfleisch Gut Das ist leider oben Der Schinken Der Leit irgendwo da drüben Das war sie Da Nächstes Fahrrad Da ist nur ein Büchchen Mal gucken Das ist da oben Kartoffelpüree Gott Ja Unser Öl Ja Das hatten wir ja zweimal bestellt Das war sie Daher Ja Da Das Haben wir Den Neue Kuchen derlei da haben wir jetzt auch schon wieder zwei Päckchen und die Affe den Scheiß einfach nicht aufhüllen ja da haben wir auch schon 13 also von dem müssen wir das nächste mal gucken dass wir da nicht schon wieder bestellen das waren zwei das war doch daneben oder habe ich die umgestellt haben wir umgestellt passt schon so her so es wird weniger es wird weniger hat 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 Das ist, äh, achgott, das ist hier doch, so, das ist wieder irgendwo hier hinten, hier, so, da, falsch, da sind wir, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich das hingeschmissen habe, ich meine, das war da oben irgendwo, ne, jo, haben wir also genug, äh, alles bestellt, machen wir sofort den Lade auf, kein Problem, und, na, schauen wir mal, wie die Sache so läuft, und da habe ich sie auch wieder nicht aufgefüllt, ich will kurz gucken, ja, gut, okay, das sind noch zwölf Stück drin, das passt schon, das können Sie ja dann auffüllen, wenn es dann soweit ist. Fakt ist, Regale sind voll, Moussaka habe ich sie auch nicht aufgefüllt, das sind solche faule Schweine, gell, das ist unglaublich, da siehst du doch, dass da irgendwas nicht stimmt an der Sache, also, normalerweise müsste die doch hergehen, selbst wenn es nur eine einzige Sache ist, wo im Regal ist, dass sie das nehmen und auffüllen, also, da oben ist es selber, da habe ich zwei bestellt, da ist jetzt noch eins frei von dem Waschmittel da, oder was das ist, von dem Klograffel da, also, ich weiß es nicht, also, ich weiß es da ist definitiv noch eine komplette Packung oben drin, weil ich habe jetzt zwei bestellt, ja, das ist sehr seltsam, ja, das ist sehr seltsam, ja, gut, ich sage mal, wenn da jetzt wieder ein paar rausgenommen werden von dem WC, oder was das da ist, dann werden die das dann schon auffüllen, weil ich weiß, da ist definitiv noch eine komplette Packung oben drin, weil ich habe jetzt zwei bestellt, dann soll ich sie das auffüllen. so, oh, ich sehe es gerade, die Funsel wieder vergessen, 19,40 Euro, besser wie nix, 38 Euro und 12 Euro, 2 Euch jetzt noch nicht weißt, okay, falls ich dann Ally pro End. ich johann 285 euro das ist doch mal was 40, 40 Ja, das ist doch mal was 55, 55 Respekt 106 Euro Und 35 210 Euro So, das ist doch ein anderer Die hat nicht viel, die alte Also echt, das war die beste Entscheidung Die Kassete hin in die Ege zur Stelle 53, man dankt Oh, das gibt eine böse Rechnung Jo Mann 229, das ist doch mal was 18 139,99 80, 80 84 So, kurzer Moment, ja Also wir sind jetzt schon wieder Über dem Ding drüber Was wir vorher gehabt haben 78 78 196 39 43, 48 84 84 132 132 45, 41 Also ich wollte es gerade sagen 23.000 Euro Auf jeden Fall Also sehr seltsam Man hat nur ein Bleichmittel gefunden Ich habe noch einer bestellt Und trotzdem ist es leer Also irgendwas ist immer da Wo dermaßen gekauft wird Dass es leer wird Also es ist echt der Wahnsinn Da war noch was leer Also ich glaube das war das Katzenfutter Wenn ich es richtig gesehen habe Ja Hätte doch noch einer nehmen sollen Was soll's Wir füllen auf Wollt Ich gucke Ich gucke Damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet Ja man So Die hätte man auch Also 24.500 Also das ist so Watt Ich hätte mit 23.000 gerechnet Wenn ich ehrlich bin Aber 24.500 Ist natürlich besser So Der Kuchen ist full Salz ist sowieso nur noch eh nicht Das war's So Das ist das neue Wasser Ist komplett dicht Das war Da oben Okay Der hilft mir da schon nochmal Gut Ab So jetzt will ich mal gucken Ich nehme mal den Pablo Dann haben wir die Reihe Da bin ich schon mal fertig Pablo ist fertig Und voll Susu Brauner Zucker Reicht auch nicht Reis Oh komm schon Ernsthaft Dann nehmen wir den anderen Zucker Perfekt Reicht Oh ja Wie so zugegangen Steht da oben Mehl drin So Mit den Oh nein Der ist voll Reicht nicht ganz Der Reiniger Reicht auch nicht ganz Der Reiniger klinisch ist voll das ist sehr gut gucken wir gleich mal bei dem ohja der hat es dringend nötig der Lachs ist voll nehmen wir gleich das Fleisch ist voll gucken wir gleich nach dem anderen jawohl das war nämlich auch leer habe ich gerade gesehen perfekt sehr schön also es ist relativ viel voll muss ich sagen also das ist schon nochmal sehr sehr gut so dann nehme ich mal die Butter weil das ist immer wieder dasselbe bei den Buben Butter ist auch leer dann gucken wir gleich nach dem grünen und schwarzen Tee weil ich den fülle sich ja ums verrecken nicht auf fast aber nur fast sehr schön nehmen wir mal das Bier das dachte ich mir dass das jetzt nicht reicht da war einfach zu viel zu viel weg das sind die neue Chips die gucken wir einmal nach gut dann gucken wir mal nach dem Kuchen gut und nehmen wir gleich den Kuchen weil ich den fülle sich ja auch nicht auf heute ausnahmsweise mal doch aber Fakt ist der ist voll die zwei Dinger sind leer und dann würde ich sagen während die Bube hier noch schön einräumen bedanke ich mich natürlich wie immer bei euch fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat macht einen Daumen nach oben wir haben 24.446,72 Euro es geht langsam wieder nach oben und das heißt wir werden falsch als nächstes dann wahrscheinlich das da holen weil wir den Platz dafür dementsprechend noch frei haben das heißt zwei Sachen kommen da rein und zwei Sachen kommen da rein dann hat sich das dann müssen wir weder umräumen noch sonst irgendwas das Zeug leitet in und wir haben noch genug Platz dafür das ist das nächste was wir dann definitiv machen und wie gesagt ihr seht es ja das kostet 34.600 Euro das heißt wir brauchen noch 10.000 Euro also das wird noch zwei, drei Videos dauern für heute soll es das aber gewesen sein wie gesagt ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage tschüss mit dir tschau mit V und bis zum nächsten Mal 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 mal